Mit dem Nothing Phone 2 teasert Nothing das erste High-End Smartphone des Unternehmens. Das Xperia 1 Mark 5 soll mit komplett neuartigem CMOS-Sensor auf den Markt kommen. Und zum Pixel Fold gibt es ein erstes offizielles Teaser-Video. Aber noch viel wichtiger, heute haben wir einen Special Guest, meine Frau Denise, zum Technik Loft Weekly Folge 3. Herzlich Willkommen! Und nach riesigen technischen Problemen starten wir zum fünften Mal in dieser Aufnahme. Starten wollen wir mit dem Nothing Phone 2, was Nothing auf Twitter geteasert hat. Es soll im Sommer 2023 auf den Markt kommen, ein Flaggschiff mit Snapdragon Series 8 sein und einen Schieberegler, wie beim iPhone bieten, vermutlich für Benachtigungen. Die Frage ist natürlich, wie der Preis ist. Ich muss sagen, ich habe so ein kleines Deja Vu hier, was OnePlus angeht. Erst irgendwie mit einem günstigeren Gerät in den Markt starten, um dann relativ schnell irgendwie die Preise anzuheben und Richtung High-End zu gehen. Geht mir alles ein bisschen schnell hier bei Nothing. Aber gut, was sagst du denn zum Nothing Phone 2? Oder beziehungsweise, was sagst du generell zu Nothing und hast du bisher die Geräte schon mal groß gesehen? Also außer vor fünf Minuten, als ich die dir mal gezeigt habe. Nö. Also ich finde den Namen Nothing finde ich jetzt nicht unbedingt hilfreich, aber mir waren die Handys bisher nicht bekannt. Ich bin tatsächlich auch iPhone Nutzer. Ich war mal Android Nutzer. Dann hat iPhone mich überzeugt und ich bin tatsächlich immer noch auf der Suche nach gegebenenfalls einer Alternative, je nachdem, wie sich das bei iPhone entwickelt und bei Apple. Und ich habe bisher noch keine tolle Android-Alternative für mich gefunden. Das heißt, da bin ich mal gespannt, ob vielleicht sowas, vielleicht auch so ein Nothing Phone, so ein Nichts Phone für mich gegebenenfalls auch interessant wird. Ja, so der Ansatz bei Nothing ist ja, sie wollen sozusagen das Apple der Android-Welt sein. Mit einem besonderen Design hervorstechen und auch mit besonderer Softwareanpassung beziehungsweise einer leichten Android-Skin. Und wie hat dir so das Design von Nothing Phone 1 gefallen, was ich dir gerade gezeigt habe? Sehr clean, sehr geradlinig, also total meint. Wobei ich tatsächlich sagen muss, für mich kommt es eher auf die Ausstattung des Handys an, also wie zum Beispiel die Kameras. Dadurch, dass ich auch Fotografin bin, ist das natürlich was, wo ich drauf gucke. Das ist das, was für mich wichtig ist bei dem Handy, dass ich auch eine gute Kamera habe und genau. Ja, sind wir mal gespannt, was da kommt und vor allem wie der Preis dann ist, ob man sich wieder in irgendwelche Listen eintragen muss oder wie das dann alles läuft. Nächstes Thema, genauso spannend, ist das Xperia 1 Mark 5, was jetzt schon in Asien angeteasert wird. Die offizielle Vorstellung ist am 11.05. und es soll ein Next-Gen Kamerasensor zum Einsatz kommen. Ein Stacked-CMOS-Sensor für mehr Dynamik und auch weniger Rauschen. Was natürlich besonders spannend ist, denn Sony hat in der Vergangenheit gefühlt die besten Sensoren, die sie hergestellt haben, eigentlich an die Konkurrenz verkauft, an Samsung oder an andere Hersteller. Und die eigenen Geräte waren dann irgendwie nur bei 12 Megapixel mit relativ kleinen Sensoren, was etwas schade war. Das Smartphone soll auch wahrscheinlich wieder 4K 120 können und in Schwarz, Weiß und Grün auf den Markt kommen. Ich bin sehr gespannt. Kleine Geschichte aus dem Nähkästchen. Ich hätte gestern fast ein Xperia 1 Mark IV gekauft, weil ich unbedingt mal so ein High-End Sony Gerät ausprobieren möchte. Hat leider nicht geklappt, aber ich bin umso gespannter, was jetzt das Xperia 1 Mark 5 bietet und ob es ein wirkliches High-End Flaggschiff von Sony wird, was dann zum Beispiel auch nochmal ein besseres Display mit einer höheren Helligkeit bietet. Was sagst du zum Xperia 1 Mark 5 oder generell zu den Xperia 1 Geräten? Tatsächlich bin ich da so ein bisschen interessiert dran, weil auch bei Social Media kann man einige Fotografen-Kollegen sehen, die von iPhone auf Xperia gewechselt sind. Die haben tatsächlich auch in der Kamera eine sehr interessante, ja, wie sagt man dazu, Programmeinstellung. Und das heißt, da bin ich tatsächlich schon so ein bisschen mit am liebäugeln und hatte mir auch schon mal überlegt, tatsächlich ein Xperia zu holen. Das heißt, da bin ich tatsächlich auch ziemlich gespannt drauf, wie das wird. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn du dir das holst, weil ich würde es da natürlich mittesten. So war es aber auch. Ja, dann schauen wir doch mal, was das Xperia 1 Mark 5 bietet und vor allem wie der Preis aussieht. Ich befürchte so Richtung 1500 Euro, was natürlich schwer zu rechtfertigen ist. Und eine Sache, die Sony auf jeden Fall in den Griff kriegen muss, sind die kurzen Software-Updates. Ich glaube, aktuell versprechen sie nur zwei Jahre Android-Updates, also auch mit Sicherheits-Updates. Und das ist natürlich viel zu kurz. Zumindest diese Sicherheits-Updates müssten deutlich länger kommen. Denn vor allem bei den hohen Preisen am Anfang kaufen sich, glaube ich, viele oder würden sich viele so ein Xperia 1 Mark 4 zum Beispiel jetzt ein Jahr später oder so kaufen, wenn der Preis irgendwie um 500, 600 Euro gesunken ist. Aber das macht eigentlich keinen Sinn, weil dann nur noch ein Jahr Software-Updates bestehen. Und das darf natürlich bei so einem High-End-Gerät eigentlich nicht der Fall sein. Zum letzten Video kommen wir dann. Das Pixel Fold ist ja schon seit Jahren in der Gerüchteküche. Aber nein, es wird diesmal wirklich am 10.05. vorgestellt im Rahmen der Google I.O. Und es gibt jetzt ein erstes, kurzes, offizielles Teaser-Video zu dem Gerät. Und es ist wie schon gedacht im Oppo Find-N-Format, also ein bisschen quadratischer als zum Beispiel die Z-Fold-Serie von Samsung. Und es scheint auch eine Periscope-Kamera zu haben wie das Pixel 7 Pro. Die Frage ist natürlich, wie der Preis ist. Es scheint relativ teuer zu werden. Und ja, was sagst du generell zu Folding-Smartphones? Ich hatte ja tatsächlich, obwohl ich so ein Geek bin, bisher keins. Und hier siehst du das Pixel Fold. Was Spannendes oder eher weniger? Oder hast du lieber ein iPad und dann, sag ich mal, ein iPhone? Brauchst du nicht so ein Zwischengerät? Nee, also bei mir ist das tatsächlich so, dass ich mein iPad gerne zum Zeichnen nutze. Und ich bin relativ skeptisch, was die Technik in diesen Fold-Geräten angeht. Das heißt, ich habe da immer noch zu viel Bammel, dass das halt viel zu schnell kaputt geht. Weil ich möchte jetzt, ich bin tatsächlich jemand, ich nutze mein Handy ziemlich lange. Ich benutze immer noch mein iPhone 11. Das ist jetzt, was, drei Jahre alt? Ja, würde ich sagen. Das heißt, für mich ist es auch wichtig, dass die Technik ein bisschen länger hält. Also ich bin jetzt nicht jemand, der alle jedes Jahr sich ein neues Handy holt. Wer macht denn sowas? Weiß ich auch nicht. Und deswegen ist für mich so ein Fold-Handy tatsächlich auch nicht so interessant. Dadurch, dass ich natürlich auch noch mit Hunden unterwegs bin, wäre mir da die Gefahr zu groß, dass es zu schnell kaputt geht. Ja, kann ich super nachvollziehen. Zumal ja auch viele normale Smartphones heutzutage wasserdicht und staubdicht sind. Und das ja teilweise bei den Fold-Geräten nicht der Fall ist. Und selbst das wäre schon für mich so ein bisschen ein K.O.-Kriterium. Und ich habe auch tatsächlich die Sorge, dass irgendwie zum Beispiel diese Innen-Displays, die großen Displays zu schnell kaputt gehen, sich da Folien lösen, man es irgendwie einschicken muss. Und irgendwie, sag ich mal, auf diesen ganzen Quatsch oder Rattenschwanz habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Und das beendet dann auch schon die dritte Folge des Technik-Loft-Weekly-Wochenrückblicks. Vielen Dank nochmal an Denise für deine Einschätzung. Und hinterlasst mal eure Gedanken unten in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe mal, dass das jetzt diesmal im 25. Anlauf auch mit Ton und Video alles gut geklappt hat. Insofern bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende noch. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.